Matthew hat eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Der Hurricane, der inzwischen zu einem Wirbelsturm heruntergestuft wurde, hat in den USA schwere Schäden angerichtet. Die befürchtete Katastrophe blieb aber aus. Bei dem schwersten atlantischen Sturm seit 2007 starben laut Medienberichten mindestens elf Menschen in den Bundesstaaten Florida, Georgia und North Carolina. Matthew fegte mit Windgeschwindigkeiten von 120 Stundenkilometern über die Südostküste hinweg und sorgte für schwere Überschwemmungen. Hinzu kamen starke Regenfälle. Mehr zwei Millionen Haushalte waren zeitweise ohne Strom. Tausende Menschen mussten in Notunterkünften untergebracht werden. Das Zentrum des Sturms lag im Bundesstaat South Carolina, etwa 55 Kilometer nordöstlich von Charleston.